Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute wurde ein neues Fahrzeug hinzugefügt von Rockstar Games und zwar heißt das Fahrzeug Fistacrawler. Wie das Fahrzeug so ist, wie viel es kostet, ob ihr es euch kaufen solltet und das Tuning seht ihr alles in diesem Video. Aber bevor wir mit dem Video anfangen Leute, vergesst nicht einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die sich noch nicht abonniert haben, abonniert mich und verpasst die krassesten Informationen in GTA Online. Also gut Leute, ich würde sagen, kaufen wir uns doch einfach mal das Fahrzeug. Das Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport und kostet für euch in der Regel 1.627.000 Gitar-Dollars, außer ihr habt das nötige Car-Miet-Level, dann kostet das rund 400.000 weniger, also 1.220.000 und 250 Dollar. Gut Leute, das Fahrzeug ist natürlich der Klasse Sportwagenangehörig und wir schauen mal, wie das Tuning jetzt so ist. Bei Tuning muss man hier leider sagen, dass das Fahrzeug doch recht abgespeckt hat. Also man muss hier sagen, Rockstar Games hat bei anderen Fahrzeugen mehr Teile gemacht. Also was manche jetzt mit mehr Teile? Naja, es gibt hier sehr, sehr wenig Stoßstangen zum Beispiel. Zum Beispiel den Fista Comet S2. Da hat man relativ viele Stoßstangen gehabt, die man hier zum Beispiel vermisst. Außerdem Leute, was man hier sagen muss, was wiederum am Pluspunkt ist, dass das Fahrzeug ja relativ ein Rallye-Auto ist. Denn man kann auf dem Dach tatsächlich zum Beispiel diese LEDs oben drauf machen, die tatsächlich auch funktionieren. Und by the way Leute, färbt ihr die Scheinwerfer in anderen Licht, sind die natürlich auf dem Dach auch umgefärbt. Außerdem Leute, was hier wieder leider um ein Negativpunkt ist, finde ich persönlich, dass das Fahrzeug relativ carbonlastig ist. Also es gibt hier viele Teile, die ihr nicht mit Primär- oder Sekundärfarbe so gesehen tunen könnt, sondern nur in Carbon. Zum Beispiel die Kotflügel oder tatsächlich auch der Spoiler. Denn alle Spoiler sind irgendwie Carbon und nicht lackiert. Finde ich persönlich sehr schade, da ich lieber ein Fahrzeug habe, was vollkommen lackiert ist, ohne so viele Carbon-Teile. Aber natürlich ist das Ganze hier Geschmackssache, Leute. Also gut, was gibt es denn hier sonst noch zu sagen? Klar, das Auto ist eher ein Choker als ein Rennwagen. Es ist zwar schnell und was weiß ich alles, ah, da gibt es auch andere Fahrzeuge, DLC, die natürlich deutlich besser sind oder besser geeignet sind fürs Rennen. Wenn ihr das Fahrzeug zu LSK-Miet bringen könnt, könnt ihr es natürlich auch zum Drift-Auto umtunen, wie bei einem anderen Fahrzeug natürlich auch. Außerdem, Leute, muss man hier sagen, dass das Design generell von Porsche mir gut gefällt. Aber ich muss hier sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen den Fister Comet S2 und diesem hier, würde ich mich tatsächlich eher zu den S2 tendieren, da mir hier einfach das Fahrzeug mehr gefällt. Vor allen Dingen persönlich, da man hier die ganzen Tuning-Teile als lackiert praktisch tunen kann, was man hier leider nicht machen kann. Aber ansonsten, Leute, ist es natürlich ein ganz schnikes Fahrzeug. Aber, Leute, wie sieht das Fahrzeug denn zum Beispiel gemoddet aus? Natürlich, Leute, habe ich das Fahrzeug schon längst gemoddet mit Formel-1-Felgen, wie ihr hier gerade seht, mit North Yenken-Kennzeichen und vieles mehr. Wenn ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, Leute, dann vergesst mich nicht zu abonnieren, denn ich veranstalte öfters einen GIF-Cast-to-Friends-Stream genau, um euch diese Fahrzeuge zu geben und vieles mehr. Also gut, Leute, generell war es das jetzt hier mit den Informationen rund um GTA Online beziehungsweise um den neuen Fahrzeug Fistagrowler. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.